Gibt es noch einen handfesten Tipp, den du allen Menschen, die Alzheimer in der Familie oder im Freundeskreis haben, mit an die Hand geben kannst? Zeit mit ihnen verbringen. Zeit mit ihnen verbringen. Die Zeit da wirklich und in die Welt von diesen Personen eintauchen. Früher haben sie in den Altenheimen so fette, riesige Kalender hingepackt und denen versucht einzubläuen, welcher Wochentag ist. Und das ist nicht fair. Die haben diesen Lerneffekt nicht. Es ist nicht ein Kind, das man nirgendwas beibringen kann, sondern in die Welt eintauchen mit denen da sein, wo die sind.